Guten Morgen miteinander, es ist der 26. Februar. Wir sind hier auf der Startpiste des Lauberhorn Rennen. So, wir sind jetzt am Startpunkt der Lauberhorn Downhill Ski Race. Es ist der 26. Februar. So, hier sind wir am Startpunkt. And now, let's go. Im Lacketti-Piste. Was für ein hartes Piste, heute. Und wir haben den ersten Jump. So, wir sind die Jump. Das war der Rossi-Jump. Jetzt gehen wir weiter. Hier. Traversen Schuss. Wir sind links geholfen. Und wir fahren zum Hundschopf. Einfahrt Hundschopf. Jawohl. Oh, zur Menschkante. Menschkante. Biewel. Du wirst die Eisenkanäte im Corner. Bitte zum Altweg. Über das Flach. Altweg. Keine F. Ich kann drehen. Hier rumkehren. Jawohl. Und wir fahren zur Wasserstation. Lange drehen. Fast flach. Aber es wird gegenwischt steiler hier. Aber es wird gegenwischt steiler hier. Okay. Ein bisschen Einfahrt. Und ich habe nicht die Brücke. Und ich habe nicht die Schuss. Die schnellste Stelle. Auf der Strecke. Die steiligste Stelle. Die Hau. Und ich habe den Hohen. Jawohl. Hier haben wir den Sein auf den Boden. Mit dem Flach. Silber Hundschwung. Hier haben wir ein östliche Loch. Ja, für die ZIU-S. Ja, für die ZIU-S. Ja, rechts kommt man, links kommt man. ZIU-H. Log an. ZIU-Linie. Schluss.